Heute wollen wir eine Vielkritik von Portion Discard machen. Dieser Film geht um meine Zukunft, wo die Gesundheit von einer Maschine regiert wird. Diese Maschine heißt Sherlock. Sie kann alle Probleme der Menschheit wahrnehmen und sie lösen. Aber die Genietung der Patienten hängt von ihren finanziellen Mitteln. In dieser Zukunft regiert das Geld das Gesundheitssystem. In dieser Geschichte gibt es drei Patienten und einen Arzt. Es gibt einen blinden Mann, einen anderen, der Krebs hat und eine verrückte Frau, die kein Gedächtnis mehr hat. Diese Patienten sind in einer Untersuchung beim Arzt, der ihnen raten soll. Der Film zeigt einen Ausblick auf eine mögliche Zukunft. Es könnte eine realistische Zukunftsmöglichkeit sein. Mit den heutigen Technologienfortschritten könnte die Gesundheit wirklich von Maschinen regiert werden in unserer Zukunft. Der Film fragt die Gefahr der Maschinen und der Gesundheitswelt in Frage an. Wir können uns fragen, ob die Ungleichheiten in der Gesellschaft stärker als jetzt werden. Zum Beispiel, in diesem Film kann der blinde reiche Mann geheilt werden, obwohl die zwei anderen Patienten, die ärmer sind, keine Lösungsvorschläge haben. Der blinde Mann will aber gar nicht geheilt werden, im Gegensatz zu den zwei anderen. Die kurzen Szenen geben dem Film einen dynamischen Rhythmus. Die Handlungsstruktur ist mit Sprüngen zwischen den verschiedenen Hauptfiguren. Die Kameraeinstellung ist davon nah, damit die Zuschauer sich identifizieren können. Normalerweise spielen die Schwarzelei Filme in der Vergangenheit, aber hier spielt dieser Film in der Zukunft. Vielleicht ist es um zu zeigen, dass der Arzt kein Gefühl hat oder im Gegensatz, dass er traurig ist. Es bringt eine bedrückende Stimmung, den Farben bringen oft mehr Emotionen. Diese Kritik an der Gesellschaft war mir vor der Automatisierung und der Macht des Geldes. Deshalb ist er interessant, aber auch unheimlich und macht Angst. Ich hätte mir nie diese Zukunft vorgestellt, bevor ich den Film gesehen hätte. Aber jetzt hat meine Meinung verändert. Ich denke nach, warum kann mich diese Möglichkeit vorstellen. Ich finde diesen Film auch ganz traurig. Ich fühle mich schlecht für die Frau, die zwischen ihren Kindern aussuchen muss. Aber auch für den Mann, der Kräfte hat. Ihm wird klar, dass er sterben wird und dass niemand arzt wird. Zum Schluss können wir sagen, dass wir diesen Film mögen, weil die Botschaft des Films interessant und lehrreich ist. Zum Schluss. 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 Zum Schluss.